Ich glaube ich lauf den Turm mal hoch. Gucken was da mich dann erwartet. Glaube ich hier gerade in die Hülle? Ja. Hä? Nein. Ich lauf hier aus der Hülle. Und sterbe jetzt aus der Hülle. Hey, nee. Warum muss da so ein Pisseckig sein? Weil der Turm müsste mich irgendwo hinbringen eigentlich, wo ich dann schon mal war. Theoretisch. Bis ich den vermöbelt hab mit dem Schwert. Kann ich dann lange warten. So, mit voller Ausfall jetzt rein. Und tschüss. Das stadt ja unter uns. Das sagt mir doch schon mal was. Der verfolgt mich, glaube ich, oder? Oh, komm ich hier hin. Ach du Scheiße. Hopp. Mann. Der verfolgt mich. Hilfe. Auf einmal kann der auf mich schießen. Ich höre den hinter mir herlaufen. Danke. Und tschüss. Und resettet. Oh Gott. Gott, oh Gott. Warte mal. Kann ich jetzt einfach ein Haus? Okay, das heißt erst mal muss ich mein Ding. Muss ich Menschlichkeit, äh. Warte mal. Shit easy. Einmal Menschlichkeit. So, dann ändern wir mal unser Aussehen. Menschliche Gestalt erhalten. Muss ich nochmal ausbrauchen. Oh. Wenn ich das jetzt entfache. Ich dachte, ich könnte mich hiermit irgendwo hin teleportieren. Aber irgendwie... Geht das nicht. Kann ich das hier irgendwo machen? Ne. Ach, was für. Ich weiß doch, welchen Weg ich am besten zurücklaufe. Ja, versuche ich es gegen die Skelette nochmal. Ja. Mach dir mal. Oh nein. Die sind jetzt schon mir her. Hallo. Au. Ich werde... Wollte nicht niedergefucket werden. Pissratte, bleib da. Nein. Wie oft bin ich schon runtergefallen. Bestimmt 3, 4 mal. Dann mach ich euch alle jetzt kaputt. Ist mir auch wurscht. So. Der ist auch weg. Jetzt kommt Stu. Ist das alles schon? Tschüss. Hier war kein... Äh, doch. Hier waren welche. Ups, Salah. Hat er keine Verteilung. Schon ein bisschen scheiße. Nö. Nö. Dein. Oh cool. Meine Seelen, die spawnen aber auch immer irgendwo, was sie wollen. Ratte, stirb. Ah, jetzt verstehe ich das so, wenn ich meine Menschlichkeit da abgebe. Oh mein Gott. Dann, äh, halte ich da mehr sehr... Nein, nein. Äh, es wird vielleicht mal nicht. Nein. Was ist los, Freundchen? Heads to burger. Tschüss. Ach man, ich dachte, ich hätte was droppen wollen. Nein, der... Meiner würde dann wieder springen. Gegenstand. Ich... Wollte... Wie viel brauche ich zum Aufstellen? Ah, passt ja. Perfekt. Erstmal müssen wir noch Stärke reinhauen. Ne, Wille wollte ich. Wille passiert nicht. What the fuck? Was, oder wer war das? Ich hab mir fast in die Hose gemacht. Was ist für das, Kree? Wer zum Teufel war das? Schon wieder irgendwo ein Typ? Ha, vielleicht doch nur ein Bug. Komm doch. Komm, weiter. Jute Nacht, mein Freund. He, he, he. Und tschüss. He, he. Upsala. Jetzt komme ich mich um den Riesen da oben. Boah, das zieht gerade ordentlich bei dem. Drei mindestens sind dann respawned. Drei. Hey, keiner. Guck mal. Alle drei. Guck, guck, guck. Ja, ist gut. Nimm mal einen nach dem anderen. Was ist los, Freundchen? Oh mein Gott. Ich nehm mir mal einen, ne? Mein Gott. Komm, big. Schade. Ist er gepackt? Nein, ist er nicht. Nein, ist er nicht. Komm schon. Komm schon. What? Oh man. Was hat denn der immer da? Oh man. So, ich nehm mal ein. Gute Nacht. Mann, Mann, Mann. Nervensegel. Oh, ein Zweihänder? Geil. Fast kann ich den. Minus 105 Schaden mache ich damit. Weil ich den nicht richtig fühlen kann. Warum ist die hier so verwesend? Fernglas. Uhu. Was sehe ich mit dem Fernglas? Jetzt. Warte. Mein Tod genauer unter die Lupe nehmen. Jetzt konnte ich hier entlang noch. Okay. Oh man, ich mag den Weg jetzt schon nicht. Äh. Es ist ziemlich dunkel hier. Was will mich da angreifen? Nö. 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 Hehehe. Wow. Warum steht ihr dann auf? Zack. Nochmal. Nochmal. Keine Ahnung, was das für Viecher sind. Ich lau einfach mal durch. Wow. Keine Ahnung, wo ich bin. Gefällt mir aber nicht. Das sind die echte Karte. Nein. Nein. Das will ich nicht aktivieren. Nein. Nein. Nein, das will ich nicht aktivieren. Oh, ich bin close. Ja, ich will hier unten nicht das aktivieren. Wer weiß, was dann passiert. Was? Ich hab mich am Arschung oder sowas. Mann, 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 Mann. Tod, 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 Tod. Ich hab keinen Bock mehr. Ja. Wo geh ich am besten jetzt hin? Eine gute und weise Entscheidung. Was gibt's denn bei dir noch so zu kaufen? In dem Moment. Was? Dingsstand. Kaufen. Okay. Talismanke bringt mir anscheinend nichts. Wenn nicht. Wow. Nö. Ich glaube, ich wechsle aber das Schild Äh, da ist er auch zu Einmal bitte nach oben Dankeschön Die Tasche ist echt geil angelegt Respekt Ist sie jetzt in mir? Ist sie aus meinem Rucksack? Juhu Schmach, man So, wo bist du? Da bist du Man, dieses Parieren klappt ja echt super Test ich das bei dem nochmal Einde mich Nicht, dass der mich noch macht Ich hab immer noch keine Ahnung Oh, schon tot? Nee, 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 nee Komm schon Ich will es jetzt schaffen Was ist das denn jetzt? Ja, nee, ist klar Dann nehme ich direkt zwei Flaschen Ha, schwach mag Mit dem Parieren klappt echt beschissen Na, grafst mich wenigstens jetzt direkt an Immer dieses Was ist das hier eigentlich? Okay, ich meine Ich treffe ja wirklich das Schild Warum? Warum? Oh Gott Nixer Was? Ich sag jetzt nichts Ich sag jetzt nichts, ne Ich hab mich noch vorhin lustig gemacht Dass die so einfach sein sollen Und jetzt Jetzt Ja Ja Ich hab mich noch vorhin Ich sag jetzt